Lecker! Will jemand Eiscreme? Wie wäre es mit einer anderen Attraktion? Ein Auto nach dem anderen? Zitron! Was hast du vor? Oh nein! Ein Roboter-Dinosaurier! Kinder! Versteckt euch! Baby Rocky! Pass auf! Rodeo! Booster! Zitron hat einen Dinosaurier in den Straßen losgelassen! Jungs, Zeit zu verschmelzen! Oh nein! Nein! Er kontrolliert den Dinosaurier! Robo! Pass auf! Willst du den Dinosaurier hochheben? Autsch! Bist du okay? Der Dinosaurier sorgt für Chaos! Marley! Pass auf! Puhu! Das war knapp! Barry! Elsa! Passt auf! Carrie! Sei vorsichtig! Da ist Zitron! Da ist Zitron! Super Move, Robo! Schnapp dir die Fernbedienung, Robo! Oh nein! Er hat einen Magnet! Robo, du musst verschmelzen! Aber mit wem? Ja, hey! Süßigkeitenkanone, Tischschild und Süßigkeitenkleber von Carrie? Der Hammer! Puhu, das war knapp! Robo, benutze den Tischschild! Super gemacht, Robo! Jetzt hol dir diese Fernbedienung! Mmmh! He he! Boah! Boah! Hey! Lecker! Schauen wir, wer als erstes beim Oktopus ist! Hey! Robo, das ist kein faires Rennen! Endlich ist es Weihnachten! Alle Mann aufwachen! Zeit, die Geschenke zu öffnen! Was für ein festlicher Anblick! Oh nein! Jemand hat die Geschenke gestohlen! Jungs, ihr müsst denjenigen finden! Oh nein! Du bist gemein, Herr Zitron! Zitron hat die Weihnachtsgeschenke gestohlen! Es ist Zeit für Robo! Das wäre ein guter Zeitpunkt für die Raketenhände! Das ist das Ende der Fahnenstange, Zitron! Zitron wirkt irgendwie zu glücklich! Kommt schon, Jungs! Nun öffnen schon die Geschenke! Zitron hat die echten Geschenke mit Spinnen ausgetauscht! Sind diese Geschenke echt? Oh, es war eine Fälschung! Keine Sorge, Kinder! Ihr bekommt bald echte Geschenke! Oh, was für ein süßes Dino-Drecksspielzeug! Zitron stiehlt Weihnachten! Ups! Sorry, Amber! Es war in Versehen! Da ist der Robo! Da ist der Robo! Robo! Geschenke im Anflug! Robo, ich glaube, Zitron hat noch ein Geschenk für dich! Robo, pass auf! Wenn du nur eine Pillenkanone und ein Lasso hättest! Aha! Amber hat das! Ambers Bandagenwerfer, Pillenkanone und Krankenwagensirene? Beeindruckend! Du musst Zitron finden! Benutz die Pillenkanone! Lass es schneien! Superaktion! Superaktion! Ihr könnt eure Geschenke aufmachen in drei, zwei, eins. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten alle zusammen. Wow, das Halloween-Labyrinth. Hast du gar keine Angst, Frank? Nun, es sieht so aus, als hättest du ein bisschen Angst. Was ist das? Ich bin mir sicher, das ist ein Witz. Schau da! Für all das gibt es bestimmt eine logische Erklärung. Und dafür auch! Siehst du, Frank, das war alles nur ein Halloween-Streich. Wir wissen, das ist ein Streich. Wie kommt der hierher? Ein Geist! Ja, es ist ein Geist! Leute, Frank braucht eure Hilfe. Da ist ein Geist im Maisfeld und er hält ihn dort gefangen. Irgendwelche Freiwilligen, um ins Labyrinth zu gehen, um nach ihm zu suchen? Klasse, Robo! Super, dass du dich freiwillig meldest. Sei vorsichtig! Sei vorsichtig! Viel Glück! Nun, es sieht so aus, als wäre der Geist weg. Nein, er ist immer noch hier! Der Geist ist immer noch hier! Oh nein, sieh nur! Da lang! Oh, ich hoffe, wir haben ihn abgehängt. Nein, wir haben ihn nicht abgehängt! Pass auf, Robo! Das war knapp. Robo, schau da vorn! Da ist Frank! Beruhig dich, Frank! Jungs, schaut da oben! Passt auf! So werdet ihr nichts ausrichten können. Das Beste ist, ihr verschmelzt. Frank, willst du mit Robo fusionieren? Ja! Ja! Hey! 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 Pass auf, Robo-Frank! Hoffen wir, dass Wasser etwas bringt. Es sieht aus, als würde er kein Wasser mögen. Lass den Geist nicht entkommen, oder er tut jemand anderem weh! Wow! Klasse Idee, Robo-Frank! Da! Der Geist! Benutz die Wasserkanone! Wo ist er hin? Pass auf! Der Geist ist hinter dir! Du hast es geschafft! Allen geht es gut! Und der Geist wird uns nicht mehr belästigen! Was ist das für ein Geräusch? Was für ein gruseliges Halloween! Seid vorsichtig, Jungs! Ihr fahrt auf eine Baustelle! Wow! Wow! Schaut euch diesen neuen Süßigkeiten-Spender an! Das sieht so lecker aus! Können die Jungs etwas haben, Entner? Hm! Sieht aus, als hätte Zitron einen finsteren Plan! Was hast du vor, Zitron? Oh nein! Zitron hat den Süßigkeiten-Spender gestohlen! He"? Jungs! Ihr müsst ihn einfangen! Schnell Freunde! Ihr wisst, was zu tun ist! Robo-Fusion! Schau, Robo. Jerry ist hier, um dir zu helfen. Kommt schon, Jungs. Holt euch diesen Langfinger. Was war das? Wo ist er hin? Schaut, er ist da drüben. Er hat es schon wieder getan. Aber wie? Hier drüben, Jungs. Jerry, pass auf. Robo, Jerry baut gleich einen Unfall. Jerry, bist du okay? Was für ein Fang, Robo. Das war knapp. Nur du kannst ihn aufhalten, Robo. Bist du bereit? Bist du bereit? Autsch, Kumpel. Das muss wehtun. Du brauchst vielleicht Hilfe, um Zitron aufzuhalten. Wen rufst du? Bist du sicher, dass du weißt, wen du rufen möchtest? Dann holen wir ihn. Jerry, wir brauchen deine Power. Wow, unglaublich. Probieren wir sie aus. Du bist so schnell, Robo. Zitron hat keine Chance. Zitron, damit wirst du nicht davonkommen. Schneller, Robo, schneller! Was für eine Jagd, Robo. Lass uns diese Süßigkeiten zurück zu Ätna bringen. Was für ein Tag, Leute. Dank dir ist der Süßigkeitenspender sicher.